So, herzlich willkommen im Pits Function, wie der Teufel übersteht. Wie ihr gesagt, Gaming, Streaming, Interviews entfangen. Und heute könnt ihr Video, wo ihr von den Feier dran ist. Leute, die überraschen. Und, nicht vergessen, zu liken, zu kommentieren, zu folgen. Okay, dislike. Merci. Auf viel Spaß beim gucken. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Pits Fun Channel. Heute spielen wir die dritte Folge von Builders Paradise Minecraft, also modded Server, dem wir von Alpenmilch Gaming zur Verfügung startkoten. Und, wie ihr seht, Spielen schaut nachher mal im Alpenmilch, wo ich schon so ein paar Deren Matspläder sich verwisselt tun. Oh, natürlich. Also, es ist für den erst aus wie ein P-Gags rausgegangen. Geht mal leid. Kein Thema, verständlich. Ähm. Das ist mir schon sehr schade. Also, heute spielen wir nachher ein Grund mal im Matsplay. Wie gesagt, der modded Server, den er aus den Alpenmilch zur Verfügung gestaltet hat. Und mal gucken, was wir heute leben. Viel Spaß beim gucken. Ja. Gib so, wie mein Logo wie kommt hier heben. Ich hab schon geguckt, wie wann wirst du mir weit was von dir heben. Und natürlich schlaf mal heben, wie ich gehe. Nee, natürlich flieh mal heben. So, ich geh so hin, ich brauch dieses in Richtung Bluer Strich zu fliehen. Da komm ich nicht vor, mich heben. Serial? Mhm. ja und dann vom fleisch in der renke in dschungel steigen auf insel fund die musik zu holen weil die Ich kann sie rausziehen aus den Dingen, aus dem EM-Gerät, aus dem EM-C, kannst du ihn schon rausziehen. Also, und dann gebe ich schon ein Bewegungsmaus weiter und zurückgehen. Genau, an der Richtung. Äh, was? Äh, was ist heute denn? Dann gehen sie runter. Oh, ein Hax! Mal ein Hax! Ui, okay. Ein Hexenhüt, so gut. Mom! Mom! Ey, Mom, hallo! Mom, halt, stopp! Halt, stopp, Mom! Ja, wirklich. Mom, ich hab's bedienen, ich hab auch Komedia, das kann ich nicht. Ja, definitiv! Okay, wirklich, wirklich nicht. Das ist immer noch die Mom, na, das ist nicht möglich. Apropos Mom, umgeben, natürlich, Mama! Mal, leh, 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 leh! Paper Beat! Cool! Specifer figurends! Mama Mia, Mama Mia! Ah, merkul! so einfach so wie das gilt mal bis das für pilzen zu bm rot bm und weiß punkten rob kann das sind die pilzen die pilzen das ist auch der groß pilzen auch du scheiße ja schon x-minus in der nun zu station dadurch y2 sie wünscht hat die konzerte stellen je n'est pas cool cousin des jambes la trône Ich muss die 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 ich muss nein warum du ce das wie konnte ich mache schon mal die magst du jorden zogen jernizmeb ok gerne ismen ja 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 so ich bin da ich gesehen ich gerade nicht doch dürfen du bist jetzt von mir da kursen richtigen roten was richtigen roten so dem turbo an übersteht landschaften waschgefühlen als eine stunde gewirsch ja das ist das schon dass wir austral zog seriast oder mori klang durch das hat nicht durch das gesinnen oder generell gesinnen dass ich auch die echte herrschen dürfen gesehen bei minecraft und normal was ihnen zwar nicht so gebaut aber hier ist tatsächlich mein extra, der titan was ihr auch kennt ja titan, wenn ich meine Mengen mit Eisebünen habe, die noch zu enttäuschen die gehört nicht mehr so heiß in Hummer drauf ja, Eisebünen, Handwerk oder so vielleicht ja, dann gehen wir mal hier hin ähm... ähm... was hin, heu? oh, wunner oh, im Ballon? warte, warte, warte oh, der war fort, der war schnell fort äh, hin, heu, gehts, Ballon, hier, im Ero, dann was? was? ich verstehe gerade, Guneich ich nur die Ballon, hier, im Ero, ähm... 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 duffnmachen eh... ähm... ähm... äh... 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 ... Batsion und mal den daten also wie das geht den kinder gang was mag das mag dann tauschen wir wollen smaragden herr so irgendwie so wie okay irgendwie zum die hochgucke tut 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 weh cool also so reikete immer die leute ballen wenn du mal da mal C Security ok also bestip ok also Verlaut man его los Ok... Du warst nur ein Ding. Du warst nur ein Ding. Oh guck, hier ist mein AuPair 3. Das ist ein Appel. Das ist schon ein Appel. Das ist schon ein Appel. Appel. Ähm... Also... Er hat immer gut viel drin. Und dann... Bist voll gefressert. So kann ich nicht mehr mitwägen. Ok... Ich weiß nicht ob die Punkt sind. An... Sieh da. Cool. Äh... 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 Da können wir noch mehr auf den. Ja, wo wir da kommen. Da geht ja heute falsch auch zu Ende. Genau. Und dann... So... Der Flemmorim, und dann... Vater doch mal heute falsch. So. das kleines gesinnt zum schluss rüstung und so das war das so kontinuieren wir haben keine rüstung und erkennt man das nicht so liefen wo ein tuschel habe geist hause zur seite ja film sind das data ja gut frage du musst auch die ich kurz gucken da geht das gewollte sind auch ein heiß gestohlen anderen anderen so abschuldigen anderen du musst auch wenn ich kurz gucken so wirst du das ja einmal sind immer bürger du hast gerade nicht über ein video war dran oder oder was mag ich noch mal zu machen schöne gute feuer rufen also hey luther ganz kurz ein knappe mich mit den aus dem video rachkomm was du willst kurz kurz fest mir hat nämlich auch gesagt dass das mir das man Dir Merci so können für den Server, also für das mal den Server können benutzen. Andere, nun ich muss den Kontext, dass der bei Minecraft sitzt. Voila. Ja, also kein Ahnung, wird nicht viel Fertig, da ne. Alpenmilch, kann ich googlen, finde ganz oft Schokolade von Milka. Ja, ich meine, die, 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 das, das, das... Ich habe mir einen Tipp, da von dem, der YouTube-Kanal. Ja, ich wollte gerade so, so Alpenmilch, das sagt, den, den Hellblur Rieschel, die Hellblur Verpackung von Rittersport. Rittersport, ja, wollte doch noch sagen. Wir mischten das Ding für Milken, die ich dort kennt. Ja, stimmt, ja. Sie wollen auf Schokolade rübergehen. Ja, also wie gesagt, das, den wir noch dabei kommen, was aus Alpenmilch, den können wir Merci so, dass wir die Video-Hall so gut können drinnen, dass wir so gut in den Kontext tun. Und mir wurde eigentlich ein bisschen mehr Beforscht. Eine richtig coole Sache gefunden, ne, Metzplay? Ja. Ma ja, ist so ein Stoff. Das ist so awesome. Genau, wir haben Tempel gefunden und auch Schleim-Inseln. Schleim-Inseln und so weiter, wo man alles fand. Ähm, also, ich wünsche euch dann noch viel Spaß mit dem, was ihr heute noch fügt, oder was ihr 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 noch fügt, wenn ihr das Video guckt. Und dann, äh, nicht vergessen zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, auch hin, dislike, merci, und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.